Was glaubst du, was ist mit der Freimaurerei im Allgemeinen passiert und was hat dich letztendlich dazu bewegt, diese Struktur zu verlassen oder diese Gesellschaft? Also die Freimaurerei, wie ich sie jetzt skizziert habe, hochesoterische Lehre, hochspirituell, da könnte man jetzt vermeiden, wow, da gehe ich hin, ist ja voll der religiöse oder esoterische Club. Was ich zeichne, ist ein Idealbild, das ist die Freimaurerei der Rituale, die Freimaurerei ihrer Symbole. In der Realität ist es natürlich als erstmal ein Club bestehend aus Menschen und das sind Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und Altersstufen, wobei leider das ganz alte Klientel überwiegt. Also es gab eine starke Überalterung, was eigentlich nicht natürlich oder gesund ist, dass es jetzt überwiegend ein Altherrenclub ist, aber dieser Menschenpool, der da Mitglied ist, der ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist sehr profanisiert und entspiritualisiert. Menschen noch vor 100 Jahren waren, sag ich mal, tendenziell bibelfester oder religiöser, nochmal von der Grundhaltung und es hat sich so der Zeitgeist in die Freimaurerei eingeschlichen, der Zeitgeist des Atheismus und der Verwältlichung und das hat dazu geführt, dass eigentlich das geistige Klima in vielen Freimaurerlosen total abgeflacht ist. Ja, das heißt, die praktizieren zwar noch diese Rituale, haben aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie da machen, lehnen auch, viele Brüder lehnen ganz viel von dem ab, ja, was Freimaurerei lehrt. Viele würden sagen, der Charles erzählt nur Stuss, das hat hier gar nichts mit Gott zu tun, das gibt es hier gar nicht, ja, das sind natürlich Idioten, ja, und das wäre auch okay, wenn das eine Minderheit ist, ist es aber eine Mehrheit geworden, Leute, die dort einfach falsch sind. Und wenn in einer Organisation die Mehrheit der Mitglieder eigentlich falsch ist, dann ist die Organisation am Arsch, ja, und ich war einfach irgendwann unheimlich frustriert davon, mich mit diesen hochgeistigen Themen zu befassen, die auch zu lieben, ja, ich fand das alles immer toll, und dann aber ein Umfeld zu haben von Leuten, die nicht verstehen können und wollen. Und das hat mich dann irgendwann dazu bewogen, aus der Freimaurerei auszutreten. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich in gewissem Sinne noch Freimaurer. Ich habe ja diese ganzen Weinen erhalten, ich fühle mich auch nach wie vor mit dem Gedankengebäude der Freimaurerei verbunden, nur bin ich nicht mehr Teil dieser Organisation, was sehr befreiend war und habe nur noch vereinzelt mit Freimaurern zu tun. Weil es ist ja klar, wenn du mehrere Jahre irgendwo Mitglied bist, bleiben ja Freundschaften. Und mich kontaktieren, seit ich so auf YouTube täglich bin und mein Buch geschrieben habe, auch Freimaurer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die da noch Mitglied sind und die die Dinge so sehen wie ich, weil ich übe auch halt viel Kritik in meinem Buch. Ich kriege sehr, sehr viel Zuspruch, so nach dem Motto, endlich hat sich mal einer getraut, das zu sagen. Und wer weiß, vielleicht kann sich die Freimaurerei ja neu erfinden oder gerettet sich selbst retten, wenn auf jede Niedergangszeit kommt, wie gesagt, auch ein Tiefpunkt und dann irgendwie wieder ein Aufstieg. Vielleicht ist die Zeit der Freimaurerei aber auch vorbei und die Menschheit hat sich weiterentwickelt und es müssen neue geistige Strömungen, Bruderschaften entstehen, neue Impulse. Auch das im Sinne eines Stirb und Werde ist, muss man vielleicht akzeptieren. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website www.fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.